Untertitelung. BR 2018 Und ich glaube, man wird nur in der Form einen Weg aus der Krise finden, in dem man auf den Verhandlungstisch zurückkehrt. Und solange man das nicht tut mit dieser grausame Krieg, mit zigtausenden Menschenopfern weitergehen. Und das wollen wir nicht. Und ich glaube, gerade wir Österreicher als legales Land wollen, dass unsere Politiker zumindest hier diese unsere Legalität wieder bieten. Immer mehr Menschen werden marnen davor, dass wenn die Entwicklung so weitergeht wie nächstes Jahr. Die Menschen auf der Straße. Das Leid mit dieser Leid. Die besten Tage meines Lebens hatte ich unter anderem. Die Menschen auf der Straße. Was denn hat? Höre und verrascht. An den Punkt. Nein. Die Menschen auf der Straße. Tschüs. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020